Ich habe gerade einen schönen Filter gesehen und ich möchte mal spielen. Ok, es geht los. Hallo ihr Lieben, ich möchte diese auch mal schön vorlesen und kann euch mal schön eine Blase sitzen, liegen. Entspannt euch und einfach schön einatmen und ausatmen und hört einfach so diese Afirmation. Ich lese mal langsam vor. Ja, es geht los. Ich bin beschützt. Ich bin wundervoll. Ich bin vollkommen. Ich bin gut versorgt. Ich bin behütet und beschützt. Ich bin vollkommen aufgeglichen. Ich bin offen und bereit für die Fülle in meinem Leben. Ich bin rein in meiner Seele. Ich lasse nur Gedanken und Ideen zu, die mich fordern, heilen und inspirieren. Ich lebe, was ich erleben will. Ich lebe meine Wahrheit und Einmaligkeit. Ich liebe meine Mitmenschen in ihrer Einmaligkeit. Ich liebe es, meinen Mitmenschen zu dienen. Ich liebe die Spannung in allem Neuen. Ich gestalte mein Leben aktiv. Ich freue mich auf das Neue in meinem Leben. Ich freue mich auf mein Leben. Ich bin offen und bereit für das Neue in meinem Leben. Mein Ursprung segnet mich und gibt mir Freiheit. Ich habe Vertrauen in das Leben und seine Siegeln. Ich habe einen roten Blas im Leben. Ich vertraue meinem Gefühl, das deutlich zu mir spricht. Ich vertraue mich dem Fluss des Lebens an. Ich setze meine Machtverantwortung voll ein. Ich weiß, was ich will. Mir stehen alle Wege offen. Für mein Problem gibt es die perfekte Lösung. Das Leben ist so schön. Das Göttliche in mir grüßt das Göttliche in dir. Körper, Geist und Seele sind in Göttlicher Harmonie. Göttliche Führung erfüllt mich mit Leidigkeit. Mein Leben darf Leid sein. Mein Farbenfrohes Leben ist Ausdruck meiner Lebensfreude. Struktur und Ordnung geben mir Halt und Orientierung. Jede Faser in meinem Leben hat ihre besonderen Geschenke für mich. In der Ruhe finde ich meine Kraft. Ich stehe zu meiner Größe. Ich bin originell und schaffe Neues. Durch mein Leben vermittle ich schwitzend, alt und neu. Ich gehe mutig und siltrebig meinen Weg. Ich freue mich über die Erfolge meiner Mitmenschen. Ich bin tasskräftig und erobere mir damit die Welt. Ich habe Frieden in meinem Herzen. Ich bin in allen Bereichen meines Lebens ausgewogen. Ich betrachte die Welt mit einem liebevollen Blick. Alles, was ich erlebe, hat einen Sinn. Ich vertraue meiner inneren Wahrheit. Ich höre auf meine innere Stimme. Ich habe alles Wissen in mir. Ich bin auch gerne mit mir alleine. Ich habe meinen Anspruch überprüft und fühle mich nun leicht, da ich weiß, dass ich nur wenig brauche. Ich bin weise. Ich bin milder mit mir. Ich lebe im Hier und Jetzt und zu 100%. Ich fließe im Strom des Lebens. Ich bin offen für das Leben. Die höhere Ordnung gibt meinem Leben einen Sinn. Es geht immer weiter. Ich bin gesund mit allen Kräften in mir und im Außen. Mit Freude stütze ich mich in den Fluss des Lebens. Ich vertraue darauf, dass ich immer jemanden finde, der mir zur Seite steht. Ich bin aufgerichtet und aufrichtig. Ich bin ein Tropfenwasser im universellen Meer. Ich gebe mich vertrauenvoll meinem Leben hin. Ich bin mutig, mich in ungewisse Fallen zu lassen. Ich vertraue der höheren Ordnung, der ich einen guten Platz habe. Schritt für Schritt mehr, wie ich mich mit meinem Ziel. Ich bin schwärbend, leicht und frei. Ich bin beschützt und gut gefühlt. Ich weiß um meine vergänglichen und um meine unsterblichen Anteile. Ich bin tief verwurzelt in der Erde. Der Städtewandel des Lebens bringt mir wundervolle Erfahrungen. Alles ist perfekte Ordnung. Ich freue mich am Spielen des Lebens. Ich liebe die griebende Spannung zwischen Yin und Yang, männlich und weiblich. Und den Lauf der Zeit in allen Ecken rundes und Wunder heilt. Ich weiß, dass auch Dreck Gold werden kann. Ich lebe auf meiner Mitte heraus. Ich bin ausgewogen und in Frieden mit meinem Leben. Ich lebe im Einklang mit meiner Natur. Ich lebe im gegenseitigen Auftauch zum Wohle aller. Magdvoll strahlt mein innerer Licht in Dunkelheit hinein. Alle Wunder heilen. Ich bin offen und bereit für die Freude und Liebe in meinem Leben. Ich bin bereit meine Überzeugungen zu überprüfen. Ich bin flexibel und passe mit dem Wandel des Lebens an. In mir ist tiefer Frieden und Stille. Ich bin beschützt und gesegnet. Ich vertraue der himmlischen Ordnung. Ich folge meiner Bestimmung. Ich bin aufgerichtet. Ich weiß, was ich will. Ich habe meine gegen schlechte Anteile harmonisch in meine Schüsse integriert. Meine Visionen haben das Potenzial wahr zu werden. Ich kann einfach mehrmals zuhören und irgendwie an einer Stelle denken, Oh, das passt für mich nicht. Das ist irgendwas unstimmig. Dann kann ich euch anhalten. Mal hören. Was blockiert in mir? Was ist los? Und dann kann ich euch nutzen diese Methode Ho'oponopono. Sagt innerlich Dankeschön. Es tut mir leid. Ich liebe mich. Bitte verseid mir. Und dann löst sich diese Blockade. Und dann, es geht immer weiter in euer Unterbewusstsein und der Teile. Und habe euer Lehrer, der Heiler in dir, Entdeckung erwecken. Und es ist alles in dir. Vertraue einfach. Und ich bin glücklich und ich freue mich von euren Kommentaren. und wenn wir Fragen haben, wenn ich dich irgendwas begleite in einem Stück, dann bin ich gerne zu dir und antworte. Oder zusammen arbeiten wir. Ja. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe. Euer Ming. Wirklich. Ich freue mich über die него. Wirklich.